Willkommen zurück Abiturathleten, hier ist Leo, dein Abiturcoach und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Und es ist ja aktuell wieder back to school time, deswegen ist natürlich die Frage, ey, ich hatte jetzt die ganze Zeit Ferien und jetzt geht die Schule wieder los, wie schaffe ich es denn da überhaupt wieder in diesen Rhythmus rein zu kommen? Das ist am Anfang natürlich mega ungewohnt, um euch damit zu helfen, gibt es jetzt meine 5 Schritte, wie wir genau das wieder schaffen. Erstens, erwarte nicht den 0 auf 100 Start. Ich weiß, man denkt sich oft so, yeah und jetzt bin ich motiviert und jetzt all in. Aber das Ding ist, wir Menschen sind Gewohnheitstiere. Deswegen, wenn du denkst, ey, ich kann dich jetzt so übelst krass durchziehen, es wird nicht zwangsläufig genauso passieren. Mit genügend Motivation kann das sehr gut laufen, aber sei dir trotzdem bewusst, hey, du hast wahrscheinlich wieder eine ganz andere Aufstehzeit, deine Hauptbeschäftigung am Tag ist wieder eine ganz andere und zwar wahrscheinlich Lernen statt Chillen oder Feiern oder draußen was machen. Und natürlich auch die Umgebung sieht das ganz anders. Ja, du siehst wieder ganz andere Dinge, du hörst ganz andere Dinge. All diese Dinge, da muss sich der Organismus einfach erstmal dran gewöhnen. Deswegen gebt dir da eine Zeit, vor allem die erste Woche wird es einfach ein bisschen ungewohnt sein und das ist vollkommen in Ordnung. Zweitens, natürlich solltest du trotzdem dieses Motivationsgefühl, auch dieses gewissermaßen, dieses frische Gefühl, was ja wahrscheinlich vor allem da ist, solltest du mitnehmen. Weil gerade deswegen, weil es am Anfang ungewohnt ist, bedürfst du natürlich mehr Willenskraft, da auch wieder reinzukommen. Deswegen, mach unbedingt, unbedingt Profit aus dieser Ausgeruhtheit. Ja, du hast ja jetzt lange keine Schule, du fühlst dich vielleicht ganz locker, musstest nicht lange früh aufstehen und so weiter. Deswegen sei da einfach am Start. Klar, es ist ungewohnt, aber gleichzeitig hast du so eine mentale Freshness einfach. Das heißt, du kannst sofort wieder durchstarten, das musst du unbedingt ausnutzen, um dich selbst eben auch über deine biologische Natur eben eigentlich immer wieder das Gleiche zu tun, dich darüber hinweg zu pushen, um dann eben sofort in deine neue Routine reinzukommen. Zum richtigen ersten Eindruck haben wir auch schon ein Video gemacht, das findest du hier oben. Und ansonsten ist natürlich an dritter Stelle noch wichtig, dass du dir direkt auch eine Routine aufbaust. Und damit meine ich nicht, ja, ich mach mal ein paar Sachen, die vielleicht ganz sinnvoll wären, sondern sofort ab dem Zeitpunkt, wo die Schule beginnt, überlegst du dir sofort, okay, wie soll meine neue Schulroutine aussehen, weil du damit sofort ein Muster, ein Raster dir wieder aufbaust, in das dein Körper dann fallen kann. Ja, wie gesagt, wir sind immer Gewohnheitsmenschen. Das heißt, ein Umbruch ist für uns erstmal schwierig von, keine Ahnung, ich stehe eher später auf, chill zu, ich stehe früh auf und lerne wieder. Aber, wenn du dann in diesem neuen State da keine Routine hast, dann ist es ja für den Körper wieder total schwierig. Wenn du aber da im Prinzip so ein Gerüst baust, wo es sozusagen ist von, okay, so habe ich mich eher in den Ferienverhalten zu, das ist jetzt die neue Routine während der Schule, dann kann der Körper sich langsam da rein transformieren. Das funktioniert sehr, sehr gut. Erfordert ein bisschen Zeit, so zwei, drei Wochen würde ich sagen, aber das fällt dir natürlich viel einfacher. Deswegen unbedingt, mach eine klare Aufstehzeit, um die du immer aufstehst. Mach eine klare Morgenroutine, die du jeden Morgen durchziehst. Stundenplan ist ja dann sowieso gleich. Setze dir dann auch klare Learning Rounds, wie ich schon mal in einem vorherigen Video besprochen habe, werde ich auch noch genauer darauf eingehen. Genauso wie auch auf die Morgenroutine, wo du einfach weißt, okay, zu den Zeiten lerne ich, dass ich der Körper auch da dran gewohnt kann. Dann vielleicht eine Abendroutine, da will ich auch ein Video dazu machen, wenn ihr eine habt. Und natürlich ganz, ganz wichtig, dir auch immer um die gleiche Zeit schlafen, dass du auch hier wirklich so einen schönen Schlafrhythmus reinbekommst. Das ist einfach super entscheidend. Und wenn du da eben so ein Gerüst kriegst, wo der Körper sich wieder anpassen kann, dann wird es dir auch wesentlich leichter fallen, wieder in deinen Schulrhythmus reinzukommen. Und dann am vierten Stelle, oh mein Gott, bitte, 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 bitte. Und da brecht diese Routine so selten wie möglich. Ich will nicht nie sagen, weil es gibt immer mal Ausnahmen, aber gerade am Anfang, gerade am Anfang des neuen Schuljahres, wenn du versuchst, diese Routine erstmal aufzubauen, unterbrechst du sie nicht sofort wieder. Was meine ich damit? Beispielsweise, versuch diese Routine auch am Wochenende durchzuziehen. Weil, wenn du, sagen wir, du bist immer um 11 Uhr in den Ferien aufgestanden und dann versuchst du immer in der Schule um 6 Uhr aufzustehen, dann ziehst du das für die ersten 5 Tage durch und dann am 6. und 7. Tag schießt du wieder um 11 Uhr auf. Dann weiß dein Körper ja gar nicht mehr, was abgeht. Deswegen versuch das auch am Wochenende durchzuziehen und denkst dir vielleicht, oh ja, jetzt habe ich schon 5 Tage durchgezogen, jetzt muss ich mir mal was gönnen. So funktioniert das nicht. Wenn du dir da am Wochenende dann was gönnst, hast du nur die nächste Woche wieder genau das gleiche Problem. Deswegen versuch es gleich durchzuziehen, ist am Anfang ein bisschen härter, du tust dir langfristig aber mega den krassen Gefallen. Und das gleiche, nicht nur für die Aufstehzeit, zum Beispiel halt auch mit deiner Beschäftigung. Versuch da nicht so einen Ferien-Hangover zu haben, wie ich es manchmal nenne. Das heißt, du machst die ganze Zeit in den Ferien, keine Ahnung, du zockst viel, habe ich beispielsweise früher viel gemacht, jetzt als Beispiel. Dann bist du wieder in der Schule und versuchst zu machen, zockst am Nachmittag wieder viel, zockst am Wochenende wieder viel. Dann hast du am Ende von der ersten Schulwoche eigentlich wieder mehr gezockt, als dich mit der Schule beschäftigt. Wodurch dein Körper nicht immer noch mehr auf Ferienmodus ist. Und dann kommst du wieder nicht richtig in deine Routine. Deswegen versuch da auch wirklich das Zocken zu reduzieren. Klar, du kannst am Abend 2-3 Stunden zocken, so why not, du hast ja genug Zeit. Aber versuchst nicht zu übertreiben, dass du dann wieder am Samstag und am Sonntag wieder 10 Stunden zockst. Weil das ist einfach, das bringt dich einfach wieder vollkommen durcheinander. Deswegen versuch da wirklich die Routine, die du dir aufgeschrieben hast und vornimmst, die auch wirklich durchzuziehen, weil du damit langfristig extrem gut fahren wirst. Und wie immer das Wichtigste zum Schluss, verurteile dich bitte nicht dafür, wenn du diese Routine auch trotz Tipp 4 doch nicht mal ganz durchziehst. Weil, es ist ganz normal, dadurch, dass wir ein Gewohnheitstier sind, fällt es uns eben schwer, in diese Routine umzuswitchen. Diese Routine erleichtert es dir zwar, in dieses neue System und in diesen neuen Rhythmus zu kommen, aber trotzdem wird es nicht perfekt laufen. Und beispielsweise bei mir ist es aktuell genauso. Ich war jetzt, erst war ich in Portugal, dann war ich in Kroatien mit voller Fastlane mit euch, dann war ich in Kopenhagen. Das heißt, ich war in den letzten Monaten extrem viel unterwegs und jetzt steht für mich einfach eine Hustle-Phase an, weil ich für euch maximal da sein möchte. Und das bedeutet, für mich ist gerade auch so, im Prinzip so ein von Ferien zu Schule. Und da habe ich wieder eine krasse Morgenroutine, ich meditiere morgens und abends eine halbe Stunde und so weiter, stehe um 6 Uhr auf, all diese Sachen. Aber auch da bin ich nicht perfekt. Beispielsweise heute Morgen habe ich nicht die 30 Minuten durchmeditiert. Einfach, weil mein Körper ist noch nicht so gewohnt, weil ich es in der Vergangenheit ein bisschen vernachlässigt habe. Und das ist vollkommen okay. Es ist ein Marathon und kein Sprint. Deswegen, macht bitte nicht den einen Fehler, den bei sowas alle machen. Und zwar, sie sind in den ersten paar Tagen übelst krass motiviert, sagen, okay, bam, 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 ich bin am Start, ich bin am Start, ich bin am Start. Machen dann alles perfekt mit, versuchen alles maximal durchziehen, ich muss aber durchziehen, durchziehen, vierter Tag, fünfter Tag, sechster Tag, es wird immer schwieriger. Ich muss aber durchziehen und dann irgendwann packen sie es nicht mehr und geben auf und sagen, es war zu hart. Darum geht es nicht. Ich bin in den ersten paar Tagen extrem entspannt mit meiner Routine. Ich sage mir so, okay, ich will das machen, aber ich bin da nicht so dogmatisch und sage dann, shit, jetzt habe ich nicht lange genug militiert oder ich bin zu spät aufgestanden oder das und das. Ich sage, hey, es ist vollkommen normal. Und ich merke einfach nur, wie ich jeden Tag dieser Idealroutine immer, immer näher kommt. Und das bedeutet, bei den meisten Menschen sieht es so aus. Am Anfang sind sie voll am Start und dann mit der Zeit fallen sie immer mehr ab, bis sie immer wechselt. Bei mir ist es anders an. Ich fange auf so einem mittleren Level an, bin extrem entspannt und binnen kürzester Zeit bin ich sofort eigentlich an dem Top-Level, was die Leute am Anfang hatten und kann das dann durchhalten, während alle anderen abstürzen. Und genau so könnt ihr es auch machen, um wirklich dauerhaft zu performen. Wie gesagt, das Schuljahr ist lang. Bleibt easy, bleibt entspannt, baut euch eure Routine auf, mit der ihr maximal durchstarten könnt und dann werdet ihr einfach Top-Noten kriegen. Genau, das ist es. Fünfter Punkt, sollte ich euch auch unbedingt noch an die 5K-Challenge erinnern. Wir wachsen schon sehr, sehr gut, aber wir müssen noch mehr Gas geben. Das bedeutet, teilt das gerne nochmal in die Gruppe und sagt, Leute, das ist wirklich geil. Viel zu fragt bei euren Freunden. Habt ihr wirklich schon die Channel abonniert? Habt ihr wirklich schon ausgecheckt? Weil der Punkt ist ganz einfach der, je mehr wir das Ganze teilen, desto mehr Leute werden wir und desto mehr können wir uns gegenseitig unterstützen. Das ist hier unser YouTube-Channel. Ihr bekommt von mir den ganzen Content, aber gleichzeitig könnt ihr euch natürlich auch in den Kommentaren, ihr könnt euch auf Instagram connecten. Wir können uns so viel gegenseitig helfen. Deswegen ist es wichtig, dass wir möglichst viele werden. Und je mehr wir werden, desto mehr Leute sind wir wieder, die es weiter empfehlen können. Deswegen, share it, 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 share it. Direkt dieses Video auch nochmal in die Klassengruppe. Einfach damit die Leute Bescheid weißen. Wir müssen einfach pushen, 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 pushen. Damit wir einfach richtig, richtig viele werden und das wäre übelst geil. 5000 im August noch, das ist die Challenge. Gemeinsam können wir es schaffen. Und jetzt sehen wir uns morgen um 18.15 Uhr wieder im neuen Video. Ich glaube wie man dich, dein Leo.